fangen gleich an mit einem kleinen die seite wir werden mit der kallidon jetzt gleich fahren möchte ja das nächste schiff in diesem sinne noch checken das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir und dann legen wir los so ist so keiner dann ist es egal gut das war das noch mal 11,8 und sechs kilometer dann gucken wir mal wo fahren wir dann hin ich glaube da hinten herum das ist eine gute entscheidung sommer der carolina hat daher das ist nie verkehrt den felsenkämmer erkennbarkeit 2 weil vier schiffe in der mitte die weg ist ziemlich wirst ach da ist wieder mein schiff darf ich dich wegholzen geht leider natürlich ich finde es ein bisschen schade dass sie mit sachen kaputt gehen wenn man drauf schießt da oben haben wir mal 123 da haben wir die kalle dann hilft die an die für die hand werden uns darum probleme machen start davon aus friante so scheiße Vielen Dank. Die Kalidon ist auch nicht besser. Mann, geh halt auf das andere. Wahnsinn. Die Kalidon ist auch nicht besser. 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 Das ist auch nicht besser. Die Kalidon 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 ist auch nicht besser. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, der fucking Flugzeugträger von den anderen. Das macht uns echt Probleme. Die Kalidon ist auch nicht besser. 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 alter wahnsinn warum treffen die scheiß fucking torpedos net schon wieder net mitten in der früh mann jetzt doch ein stück weiter vorsetzen habe es gewusst ich habe es echt gewusst fangt dann fangt wieder gut an in der früh sagen wir wieder richtig gut an ja mann 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 es hilft jetzt alles nix warum wollen brauche ich auch nicht verdienen sie in einem gefecht mindestens 500 frei ep was das hier nicht scheiß gewährst mal gucken 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 19.000